hallo allerseits es ist spannend was der markt macht nämlich er macht im moment die verschiebt er die entscheidung noch deutlich nach hinten so richtig klar aus dem quark ist er noch nicht fangen wir mal mit dem s&p 500 an ja da ein schönes mittelgewächs sozusagen ein bisschen technik mit dabei ein bisschen blutschips mit dabei von allem das beste würde man sagen nach das sehen wir dann noch was auf jeden fall spannend ist und gut aussieht ist scharfe bewegung nach unten abc nach oben aber sehr weit schon hier nach oben gelaufen das ist eigentlich gar nicht so ein tolles zeichen für die short seite mehr denn ihr wirst per se finde ich dieses muster super aber nicht unbedingt wenn der kurs so weit nach oben gegangen ist so kleines hilfsmittel ist fibonacci hier fibonacci retracement in dem fall vom höchsten punkt zum tiefsten punkt gemessen wenn ich das hier anlege die brauchen wir alle nicht mehr aber die 78 6er marke das ist so ein gewisser hinweis wenn er da drüber geht geht immer noch die möglichkeit dass das passiert aber es wird immer weniger wahrscheinlich wir hatten häufiger mal darüber gesprochen über so eine wahrscheinlichkeitskurve habt es von mir häufig in rot oder grün teilweise schon gesehen oder eben wenn ich es hier so zeichne in blau und dann seht ihr so diese fläche hier die ist so klein im verhältnis zur wahrscheinlichkeit dass irgendwo hier der drehpunkt ist so in diesem mittelfeld wir erinnern uns so 50 bis 60 61 8 sowas in der richtung das sind so klassische rücksetzer marken vielleicht auch noch die 38 die ist ja auch nicht so schlecht aber wenn es dann zu weit hoch geht dann ist die wahrscheinlichkeit man geht hier von der fläche aus also nicht irritieren lassen von irgendwelchen bäuchen oder sonst irgendwas aber dann ist die wahrscheinlichkeit nicht dass der kurs hier hingeht die ist nicht gering aber die wahrscheinlichkeit dass das ein schub nach unten ist dass die gegenbewegung und sich anschließend das noch mal fortsetzt dafür ist die wahrscheinlichkeit sehr überschaubar sagen wir mal zwischen vier und acht prozent sowas in der richtung das heißt das gros der wahrscheinlichkeit ist schon eher das hier wird dann wohl nicht mehr passieren das heißt natürlich nicht dass der kurs nicht doch nach unten kommen kann und davon gehe ich ganz ehrlich sogar aktuell aus warum das denn jetzt er doch gerade positiv gesprochen das muster was wir hier sehen das was ich hier sehe das ist doch richtig schön fünffällig hier sieht man es auch noch mal hier im 15 minuten chart beispielsweise und fünffällig ist ja so gerne so ein klassisches muster wo dann mal wieder ein päuschen kommt ich würde mich also weder wundern noch irgendwie staunen dass das nicht realistisch ist wenn der kurs jetzt als nächstes erst mal wieder so eine klassische korrektur macht und dann hätten wir ja auch wieder einen ansatzpunkt wo man einsteigen kann zum beispiel am zwischenhoch oder eben wenn der kurs ja hier sein tief hat werden ja gestern der ein oder andere der borden vor trading mit dabei war hat ja mitgekriegt wir haben das uns mal angeguckt zum beispiel mit indikatoren kann man sich hier versuchen noch mal zu nähern ob es da vielleicht günstige einstiege gibt aber auch da zählt natürlich ein trigger gedanke nicht einfach blindlings hier kaufen sondern immer das ganze auch noch mal triggern lassen aber halt dann nicht zu diesem preis das ist aber noch zukunftsmusik denn bis dahin muss der kurs ja noch hier runter kommen also das müssen wir jetzt noch nicht besprechen das ist also etwas was ihr selber im blick haben könnt oder wir vielleicht ja auch gemeinsam in einem der nächsten videos dann ansprechen wenn der kurs dann tatsächlich das ganze vollzogen hat kurzer blick auf den blue chip markt hier auf die blue chips den dow jones hier der ist ebenfalls relativ weit schon gelaufen und scheint so ein bisschen zu ermüden hier vielleicht so ein bisschen anderes indiz verliert fahrt einfach ja das ist nicht optimal für die bullische seite aber muss jetzt nichts wirklich schlimmes bedeuten denn eine typische korrektur würde genauso hier eben dann sagen okay das war die letzte starke seite irgendwie setzt es sich in diese richtung fort nicht ganz so schön ist das bild weil er hier doch ein bisschen komisch hokus pokus gemacht hat das gefällt mir immer nicht ganz so sehr aber je korrektiver diese bewegung ist denn machen uns nichts vor diese bewegung ist doch schon mal recht gut hoch also nicht das blaue was ich gemalt habe sondern das hier da sieht man doch schon eine gewisse dynamik und wenn das jetzt bewusst nicht dynamisch ist abc oder eben sehr wackelig hin und her wackeln sozusagen dann sind das ganz gute indizien dass diese richtung und die ist abwärts die schwache ist und das bedeutet dass die chance dass die starke richtung und die ist aufwärts sich dann nochmal eben fortsetzen also das wäre das worauf jetzt wir achten wollen um mal zu gucken was man da tun kann so was ist der markt ohne den nasdaq da sollte man natürlich drauf gucken was passiert mit den techies aber wenn ich ehrlich bin ich kann das gleiche jetzt nochmal erzählen deshalb das erspare ich mir jetzt das könnt ihr als selbst hausaufgabe mal ein bisschen ausprobieren wie würdet ihr das ganze hier angehen malt mal ein bisschen rum bitte nicht mit dem adding sucht euch irgendein zeichentool aus und notfalls macht das mit linien oder von mir aus auch nur mit dem finger dass man so ein bisschen das feeling dafür kriegt wie so die bewegungsabläufe da sind gucken wir nochmal auf den dax und nicht irritieren lassen von meiner zeichnung da ist ja immer ziemlich eigenartig drauf wenn der kurs dann hier weiter läuft auch diese marke gilt nicht mehr die hatte ich ja geschätzt hier hin gezeichnet aber ihr seht hier ist noch so ein bisschen das artefakt einer korrektiven nein eine nicht korrektiven impulsiven bewegung hier quasi und vielleicht kriegen wir jetzt genauso wie ich das eben bei dem amerikanischen markt gesagt habe eigentlich den besten tritt in den popo dass wir hier mit einer korrektur dann endlich dann doch die long seite wieder aufnehmen können denkbar wäre es auf jeden fall denn die starken bewegungen sind nach oben ein bisschen irritierend dass diese korrektur sehr sehr stark auch nach unten ist das ist der grund warum ich da bin ich zugegeben ein bisschen feige dann nicht einfach hier irgendwie einsteigen das ist nicht so mein ding auch wenn das schon ein bisschen was von schulter kopf schulter manch einer würde sagen virgin trade oder sonst irgendwas hat nämlich eine ja doch sehr klassische sehr symmetrische situation die ebenfalls gegebenenfalls einladen kann hier beim index allerdings nicht beim trade trade bahn instrument aber hier beim index auf jeden fall mal richtungsweisend ist so was müssen wir noch angucken vielleicht zum abschluss noch einmal auf gold gucken das ist ja sowieso ein klassiker gold kriegt den hals nicht voll aber wird müder ihr seht das hier gold hat immer noch die aufwärts richtung aber vergleicht mal den schwung vergleicht mal den schwung vergleicht mal den schwung vergleicht mal hier die schwünge mit dem was wir hier sehen also ich lehne mich jetzt mal aus dem fenster und sage das ist ein klassisches endstück nämlich die bewegung die häufig am ende einer trendbewegung ist ein ending diagonal sagen wir dazu warum weil das häufig ein bisschen drei wellig hätte ich fast gesagt das nicht aber dreieckig anmutet korrektiv anmutet aber in trendrichtung das heißt meine fünf die ich da mal willkürlich reingemalt habe die müssen wir vielleicht hier nochmal ein bisschen um platzieren aber das soll jetzt auch nicht die hauptaufgabe sein wo das jetzt exakt liegt das kann sein dass wir da noch zwei dreimal mit rumspielen müssen um den richtigen punkt dann zu finden aber vorsichtig das ist etwas was ein wenig dazu einlädt so am ende der bewegung drin zu sein das sieht man hier minutenschaden noch nicht das jetzt sehr aggressiv hier auf einer kurzen ebene aber wenn die aufwärtsbewegung dann langsam abflacht dann kommt die nächste korrektur und die dürfte ruhig ein bisschen größer mal sein als das was wir hier haben also ich habe ja hier mal als ein mögliches muster so in etwa das aufgefasst ein rücksetzer in dieser art wäre überhaupt nicht schlimm und würde auch das bullische bild nicht kaputt machen ihr würdet in wirklichkeit sagen klar schub hoch wackerlich erkennt die story na gut also damit will ich euch nicht langweilen guckt mal selber ein bisschen auf den markt ich wünsche euch für jetzt erstmal toi 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 und alles gute für eure handelsentscheidung und drückt euch da die daumen wir hören uns und sehen uns wahrscheinlich bald wieder mit dem nächsten beitrag bis dahin wünsche ich euch erstmal alles gute